Re-Re-Re-Re-Vision Cast this post with a vengeful spirit, automatically striking back at... Oh, ne, bei Attackers, ne. Ach, alles nicht. So, was haben wir hier noch für Ember? Zwei Cracked Fire Ember. Einen Cracked Fire Ember, den können wir aber so nicht gebrauchen. Haben wir einen Cracked Pure? Pure war das, ne? Cracked Core. Da, Cracked Core. Wir haben schon zwei von Fire. Haben wir einen Durcall? Na ja, klar. Dann können wir den gleich zusammenfassen. Den nehmen wir auch mal ausnahmsweise mal mit, weil ich weiß nicht, was das für welche sind. Hier drin. Ach, komm, nehmen wir euch auch mal mit. Mitzugucken. Mal sehen, was wir da rauskriegen alles. So. Aus dem Item holen wir einmal. Einmal. So, ein schönes Duel Pure. Und... Und... nochmal die Duel Pure. Cracked Pure. So. Und jetzt mal die Puren. Oh, warte. Erstmal die Cracked. Das ist gut. So, jetzt haben wir noch zwei Duel Pure. Jetzt haben wir noch zwei Durcure. So. Entweder 14 Damage oder 9 Armour. Das ist doch gut. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Cracked Core. Du Core. 6... Oh. 4 Strange Attribute. Cracked Fire. So, ein Cracked Fire Amber. Moment. Ich hab jetzt in Duel reingetan. Ah. Wir haben keinen anderen. Discolored und das war's dann. So. Das war's dann. Duel Fire. Discolored. Cracked Fire. Discolored. Duel Pure. Discolored. Duel Pure. Ja. Oh, schön vier Gems wieder gesammelt. Oh, hier können wir was reintun. Zwei Stück. Drei auf Dextry. Das wäre doch eigentlich nicht schlecht. Oh, hier können wir was reintun. Ja. Ich glaub ich mach hier diese beiden da rein. Wenn ich nichts besseres finde. Könnte auch auf Armour machen, aber das lass ich lieber. Also, entweder Strange hab ich. Dann hab ich noch Armour und Dextry. Ja, ich glaub ich mach auch Dextry hier. Und. Dann den zweiten auch noch da rein. So, jetzt gucken wir mal wieviel Dextry hier. Wir haben die 53. Das heißt, für den nächsten Level ab können wir das machen. Hm. So. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes hinkommen, aber ich will irgendwie auch nicht herausfordern. Oder? Will ich? Nee, ich mach jetzt mal hier weiter. West Gems. Chasm. Oder so. Wie auch immer. Hm. Hm. So. Da wären wir wieder. Und wir gehen weiter. Schon wieder ein Ladebildschirm. Aufstoßen. Hm. Ja. Die hilflreichen Tipps hier unten immer. Wir haben bestimmt mindestens einmal schon jeden gesehen von diesen Tipps. Das ist nicht immer so hilfreich. Nicht. Das ist nicht so hilfreich. Wie viele Jahre alt sind. Das ist nicht so hilfreich. Das blöde. Das Blöde hinter den Kasten wurde warmne. Und das Sulfur verbrach wurde in meine Nosträume. Als ich spiel durch den Kasten im Schluck, erwartette ich das Lava. Aber trotzdem. Ich war nicht bereit. Ich bin froh, dass beide Präsener und Räubern sind, Okay, ja, der hat ein riesiges, ein riesiges Gefängnis gefunden, auf einem Stein, und da sind wir wahrscheinlich, ja, geschmolzen, Molten Prison, geschmolzenes Gefängnis. Und er ist froh, dass hier, also, das scheint anscheinend so ein bisschen mystischer zu werden hier. Wow, ja, sieht schon mal ganz cool aus hier. Ja, er hat das hier gefunden, verlassen, und jetzt hat er das anscheinend wieder bevölkert mit irgendwelchen Leuten. Oh, was zum, mit Goblins hat er das bevölkert. Goblin Charter, cast Fireballs, sehr schön, ich brauche keine Fireballs von dir. Trolle, oh Gott. Ups, da ist so eine Quest gedrückt. Och nein, die halten so viele aus, die sind unfair. Oh, shit. Ja, ich weiß. Das kommt daher, dass die ziemlich stark sind. Oh, man. Hm, hm. Ich mache euch fertig, was soll. Oh, was soll das denn? Für ein Sound-Aussetzer. Äh, weg. Unbegründet. Darf ich heißen. Oh, shit. Ich habe vergessen, Tränke einzukaufen. Egal, wenn sie mir ausgehen, dann gehe ich schläge Tränke, äh, Tränke einkaufen. Das verwirrt mich immer hier mit diesen Holztreppen. Ich meine, hier geht es ja nicht weiter, oder? Ne, anscheinend nicht. Oh, es geht nicht, besiegt sie. Eeeh, hörte ziemlich jetzt Sound-Aussetzer. Schade ist. Nein, 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 nein. Oh nein Nein, 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 nein Und da habe ich auch noch Oh, 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 oh Da habe ich auch noch eine Heizung benutzt Mann Geh weg Ich will dich nicht Na, los Vielleicht sie an Okay, die sind ziemlich stark hier Und... was soll das? Wieso sterben wir so schnell? Vielleicht haben wir kein Geld mehr, wenn's so weitergeht Mir ist mal aufgefallen, meine, äh... Zombies und Skelette, die werden größer mit den skills muss man nicht wissen hier vollkommen unnütz da oben man merkt es richtig wenn das pet irgendwie feststellt das merkt man richtig oh mein gott an ich hätte gern das wäre für immer so ist so ein goblin haut das hätte ich gern was gelitten beschützt und meister und sie stirbt er um so geschützt und meistern kämpfen sich gegen irgendwelche leute die wichtig sind wenn man kris b geärzt das ist eine falle nur wir gehen noch mal auf die fläden schreibt mussten die europa ab und zu von den schocken sonst soja schmerz um mich zu verfolgen und diese käfer die machen wir auch zu schaffen ok was ist das wieder ein Gomblet Charmter das nun wird und so und jetzt mal kurz gucken bei Christ of Glory 21 gut das muss dann hier irgendwo sein ja ist noch nicht ja inkomplietet oh nein hier geht es nicht durch nein weg weg mit dir jetzt nur ein paar mal wieder gehen und mit den Kasten ein paar wieder gehen und mit den Kasten was soll das Es wird immer weniger angenehmer, gegen die Monster zu kämpfen, weil die wirklich alle viel stärker werden und viel mehr aushalten. Okay, das scheint eine Kapikaze gewesen zu sein da oben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich hab den jedenfalls gesehen. So, eben alles einsammeln. Crack Cornberg. Jeder einem behilft. Oh Gott. Doch Klaus, das... Hier, jetzt hast du's. Na, sag sowas nicht. Immer schön krass. Nicht vergessen. Oh Mann. Wir sind beinahe Level up. Wir müssen nur noch ein paar Leute killen. Ein paar Goblins noch. Auf geht's. In die Schlacht gegen die Goblins. In ihrem eigenen... In jeder eigenen Festung. Wie's aussieht. Ja, finde ich lustig. Wie die es hier hergerichtet haben. Scheint früher entweder von Menschenhand oder Zwergenhand so gebaut zu sein. Wahrscheinlich durch Menschenhand. Ich hab den das hier einfach angenommen. An diesen Goblins. Der Adventurer, der hat auch nicht lange mehr gelebt. Ein Kollege. Keiser, Kollege, ich werde dich retten. Ah, du bist ja so retten. Ne, ich werde dich rächen. Das wollte ich sagen. Rächen. Doch, nee. So. Ich geh erstmal da rüber. Sieht so unscheinbar aus. Hm. Gut.